Ich predige es immer wieder. Meine Formel für den Vermögensaufbau. Ich kann es selbstständig nicht mehr hören. Wir haben Einnahmen, davon ziehen wir unsere Ausgaben ab und alles, was überbleibt, wird investiert. So einfach ist das. Logischerweise sollte man jetzt das Einkommen steigern, die Ausgaben senken und niedrig halten, damit das Delta, die Sparrate, erhöht wird. Eine hohe Sparrate, die dann investiert wird, führt zum Vermögensaufbau. Wenn wir uns die drei Bestandteile der Formel ansehen, fällt aber auf, dass zwei davon nicht wirklich unendlich optimierbar sind. Die Rendite der Investitionen zum Beispiel wird bei den meisten irgendwo bei 5 bis 8 Prozent pro Jahr einpendeln langfristig. Die Ausgaben kann man zwar ein wenig senken, aber irgendwann leidet die Lebensqualität. Jeder muss essen, wohnen, hat Fixkosten wie Versicherung und Handyvertrag. Hier ist die Luft auch irgendwann raus. Der dritte Bestandteil, die Einnahmen, sind aber in Theorie unlimitiert nach oben offen. Klar wird es nicht realistisch sein, dass jeder 10 Millionen im Jahr verdient, aber hier kann man trotzdem bis zu einer gewissen Höhe wirklich was rausholen. Und was wir auch noch wissen ist, Zeit ist ein wesentlicher Faktor. Wenn wir also möglichst früh in unserem Leben unser Einkommen stark steigern, kickt hinten raus der Zinseszinseffekt umso mehr rein und der Vermögensaufbau schnellt nach oben. Die Phase, wo man als junge Person gerade in die Karriere rein startet und noch viel wegsparen kann, ist also super wichtig für den Vermögensaufbau. Hier muss geschaut werden, das Einkommen zu maximieren. Und genau das habe ich selbst frühzeitig erkannt und habe das Ganze in die Tat umgesetzt. Da viele von euch genau in diesem Alter sind, zwischen Ausbildung, Studium, Berufseinstieg und den ersten 10 Jahren Berufserfahrung, könnte es also den ein oder anderen interessieren, wie hier genau meine Strategie war, da man vielleicht selbst gerade in dieser Situation ist. Ich hätte selbst gerne damals den ein oder anderen Tipp gehabt. Ich werde also alleine schon deswegen so ein Video hier machen, auch wenn das Thema Gehalt in Deutschland bei manchen immer etwas sauer aufstößt. Wir schauen uns heute konkret drei Themen an. Einmal im Schnelldurchlauf, mein persönlicher Werdegang, Studium, Jobs und Gehälter der letzten 10 Jahre. Und dann konkrete Tipps, die ich habe für jemanden, der gerade in der Ausbildung ist. Und da meine Tipps für jemanden, der schon im Beruf ist und Karriere machen möchte. Viel Spaß also mit dem Video. Bevor wir loslegen, wie immer der Hinweis an dieser Stelle, dass alles hier keinerlei Anlageberatung ist und nur meine persönliche Recherchearbeit. Für die könnt ihr jetzt aber gerne noch ein Abo dalassen. Und auch die Glocke anmachen, um benachrichtigt zu werden, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Vielen Dank und jetzt rein ins Video. Ich bin da ganz ehrlich. Ich habe früher selbst im Internet gesucht nach Tipps, wie man am besten und schnellsten Karriere machen kann und viel Geld verdienen kann. Und ehrlich gesagt, findet man hier wirklich viel Müll, der in der Realität meiner Meinung nach überhaupt nicht zutrifft. Das liegt ja auch an folgenden. Wer erzeugt denn Blogbeiträge, YouTube-Videos oder Inhalte? Reine Content-Creator zum Beispiel. Ja toll, diese haben aber doch selbst gar keinen Angestelltenjob und eine Karriereerfahrung gemacht. Denn diese sind primär Selbstständige und dasselbe gilt auch für andere Forenbetreiber, Blogbetreiber und Konsorten. Eine andere Quelle von diesen Informationen sind Coaches, die die Karriere-Tipps und Programme verkaufen wollen. Auch hier muss man sich die Frage stellen, hat diese Person überhaupt selbst Erfahrung in der Praxis gemacht, was sie da sagt? Und zweitens legt hier auch ein Interesse vor, das eigene Produkt zu verkaufen. Und ein weiterer Liebling, Content, der von HR-Abteilungen, also Personalabteilungen von Unternehmen kreiert wird. Zum Thema Karriere und Berufseinstieg. Hier fällt mir immer wieder auf, erstens die Personen, die diese Arbeit machen, haben oft selbst keine große Karriere hingelegt. Und zweitens sind die Tipps oft genau im Sinne vom Unternehmen selbst geschrieben und deren Personalpolitik ausgelegt. Ich will ja eben nicht genau das gleiche machen, wie alle anderen auch. Denn wer schneller befördert werden will und mehr Gehalt haben will, kann gar keine Tipps annehmen, die alle anderen auch befolgen. Weil man eben der Outlier und der Außenstehende sein muss. Ich zeige euch im heutigen Video also einfach mal, was bei mir selbst funktioniert hat und wie ich relativ schnell aufsteigen konnte. Aber natürlich bin ich auch kein Karriereguru und möchte auch gar keiner sein. Das sind einfach Tipps, die ich einem Kumpel auch geben würde, wenn er mich danach fragt. Ganz klar ist aber, ich habe auch nur Erfahrung in meinem Bereich, meinem Studiumumfeld und so weiter. Man muss also abwägen, ob und wie das einem für die eigene Position weiterhilft. Schauen wir uns jetzt mal zu Beginn meinen beruflichen bisherigen Werdegang an. Ich teile den Zeitstrahl in drei Teile auf. Einmal Ausbildung, einmal Job und einmal das Gehalt. Gestartet hat alles mit einem Bachelorstudium nach dem Abitur. Ich wusste erst mal gar nicht, was ich machen will mit meinem grottenschlechten Abi. Schnell kommt man auf den 0815 Studiengang BWL. Ich habe mich dann aber damals für eine Beimischung an Technik entschieden und habe Wirtschaftsingenieurwiesen studiert. Durch das Abi habe ich nur eine Zusage auf einer No-Name-Wald-und-Wiesen-Fachhochschule gehabt. So ging es dann also los und ich habe die ersten Semester absolviert. Relativ schnell habe ich dann aber gemerkt, dass die Praxiserfahrung bei dem Berufseinstieg, den ich vor Augen hatte, sehr, sehr wichtig ist. Und außerdem habe ich auch Geld gebraucht. Ich habe also eigentlich während dem gesamten Studium bereits gearbeitet. Praktika, Werkstudentenjobs, Auslandspraktikum, you name it. Der erste Job war bei einem Mittelständler. Danach ging es zu einem Automotive Supplier über. Danach in einem großen Industriekonzern. Zum Ende dann noch eine Station bei einem Big Tech Unternehmen. Ihr seht also schon relativ viele verschiedene Arten an Unternehmen gesehen. Und auch vom Inhalt der Jobs eher breiter gefächert. Im Schnitt gab es also im Studium rund 1500 Euro im Monat als Lohn für mich. Als es dann zum Ende vom Bachelor ging, habe ich nochmal zwei weitere Schritte gemacht. Erstens einmal habe ich ein Auslandspraktikum absolviert bei einem Großkonzern in Asien. Und danach habe ich meine Bachelorarbeit auch nicht am Lehrstuhl geschrieben, sondern direkt bei einem Unternehmen. Und danach war das Studium auch erstmal durch. Und ich hatte einen guten Erfahrungsschatz gesammelt. Der Notenschnitt war jetzt nicht übertrieben gut, aber solide. Den Berufseinstieg habe ich dann bei einem der Unternehmen gemacht, wo ich zu forschen im Studium gearbeitet hatte und die Kontakte hatte. Der Job an sich war eine 0815 Einstiegsstelle für Absolventen in der Materialwirtschaft. Dadurch, dass das Unternehmen ein großer Konzern mit IG Metall Tarifbindung war, war das Gehalt dementsprechend schon richtig schmackhaft. Zu Beginn habe ich ebenfalls einen 40-Stunden-Vertrag bekommen. In Summe gab es also im ersten Jahr inklusive aller Boni rund 67.000 Euro brutto. Wirklich viel Geld für einen frischen Absolventen. Nach ein paar Monaten, nachdem ich mich eingelebt hatte, habe ich dann angefangen, einen Master nebenbei zu machen. Unbedingt nötig für den Berufseinstieg war er nicht bei mir. Und es gab jetzt auch nicht mehr Geld nach dem Abschluss für weitere Jobs. Aber ich dachte mir, schaden kann es nicht und wenn nicht jetzt, wann dann? Und während diesem Master habe ich dann auch noch guten eineinhalb Jahren meinen ersten internen Jobwechsel vollzogen. Der Job war relativ ähnlich zum ersten, aber einfach mit mehr Verantwortung. Quasi eine Stufe am Treppchen aufgestiegen. Hier gab es dann rund 78.000 Euro All-In. Nach weiteren eineinhalb Jahren wurde ich dann von einer anderen Abteilung abgeworben, ebenfalls wieder im selben Unternehmen. Der Job an sich war jetzt im Einkauf angesiedelt und aufgrund der gesteigenden Budgetverantwortung auch wesentlich höher eingruppiert mit mehr Wachstumspotenzial. Hier gab es zu Beginn 92.000 Euro. Nach einer Beförderung auf derselben Stelle rund ein Jahr später dann rund 105.000 Euro. Und damit war ich auch schon am Ende des Tarifs angekommen. Da ich mir extra einen Job ausgesucht hatte, der eine hohe Eingruppierung zulässt, ging mein Entwicklungsplan dann auf die erste außertarifliche Stufe hoch. Heute bin ich also bei rund 124.000 Euro im Jahrgehalt angekommen. Alle Gehälter beinhalten auch einige Bonuszahlungen, variable Bestandteile und ausgezahlte Überstunden. Mein aktueller Entwicklungsplan auf dieser Stelle sieht ein Zieljahresgehalt von grob 140.000 Euro vor, was ich in 2025 schaffen sollte, falls ich nicht davor nochmal Job wechsle. Zusammenfassend kann man also sagen, ich bin relativ schnell und konstant alle ein bis zwei Jahre befördert worden. Mit einem 40-Stunden-Vertrag, Budgetverantwortung, keiner Führungsverantwortung, disziplinarisch, nur fachlich. Ich bin mehr als zufrieden und es ist auch völlig klar, dass diese Entwicklung fernab von jeglicher Normalität ist. Da gehört auch Glück dazu und am richtigen Ort zur richtigen Zeit sein. Das war es also jetzt im Schnelldurchlauf mit der Entwicklung meiner Karriere bisher. Schauen wir uns jetzt mal ein paar Tipps an, die ich vor allem an alle im Studium geben würde. Alles, was man im Studium so treibt, ist am Ende entscheidend für den finalen Einstieg in den ersten Job. Das darf man nie vergessen und sollte dieses Ziel vor Augen haben. Je nachdem, was das eigene Ziel später ist und für was genau man diese Eintrittskarte braucht, muss man natürlich auch die Prioritäten im Studium anders legen. Es gibt ja einige Bereiche, die in dieser Zeit relevant sind. Da gibt es zum Beispiel klassisch die Noten, die man schreibt, ob man auf einer Uni oder Fachhochschule war, ob diese ein besonders hohes Ansehen hat oder nicht, ob man viel Praxiserfahrung sammeln konnte, ob man ein Stipendium ergattern konnte und so weiter. Je nachdem jetzt, wo man später mal arbeiten möchte, sind diese Dinge, wie gesagt, anders gewichtet in meinen Augen. Ich bin selbst kein Experte hier, aber anbei war meine grobe Einschätzung. Wenn man in Bereiche und Berufe wie Investmentbanking, Consulting gehen möchte, aber auch die akademische Richtung wie Forschung oder Wissenschaft, ist vor allem eines wichtig. War man auf einer guten Uni mit einem Top-Ranking, hat man Top-Noten schreiben können und hat man sogar einen Master gemacht, besser noch PhD oder Doktor als Abschluss. Teilweise ist sogar noch das Abi hier sehr wichtig. Wenn man jetzt aber sagt, man hat das Ziel, den Einstieg in ein gutes Industrieunternehmen zu schaffen, ist hier vor allem die praktische Erfahrung wichtig, im In- und im Ausland. Und auch sehr wichtig, kenne ich vielleicht schon meinen zukünftigen Boss von vorherigen Praktika oder Netzwerkmöglichkeiten. Mein Ziel war von Beginn an immer schon in ein großes Industrieunternehmen einzusteigen. Und deswegen habe ich schon früh viel Wert auf Praxiserfahrung gelegt. Ich kann also nur als Tipp geben. Erstens, nutzt euer Netzwerk, um Praktika oder Werkstudenten Stellen zu bekommen. Jeder kennt irgendjemanden, der wo arbeitet. Verwandte, Freunde, Eltern von Freunden und so weiter. Oder auch die eigenen Eltern. Immer ein Netzwerk wert. Zweitens, investieren. Das heißt auch mal eine Praxiserfahrung für den Lebenslauf mitnehmen, ohne Geld dafür zu erhalten. Wie man vorhin gesehen hat, habe ich auch bei meinem zweiten Praktikum kostenlos gearbeitet. Rückblickend hat mir dieses aber den Weg für das dritte Praktikum eröffnet. Halt sich also trotzdem zehnmal rentiert. Und drittens, flexibel sein. Das heißt nicht nur in der eigenen Heimatstadt schauen. Und noch viel wichtiger als der Ort ist auch die Zeit, wo man flexibel sein muss. Denn viele der Praktikumsstellen gehen mindestens drei bis sechs Monate. So viel Zeit ist aber in den Semesterferien oft nicht vorhanden. Meine Lösung, irgendwo auf drei, vier oder fünf Monate verhandeln von der Dauer her. Und notfalls einfach ins Semester reinarbeiten und die Vorlesungen am Wochenende nachholen. Hart, ja. Funktioniert's, ja. Habe ich's gemacht? Immer. Oder noch einfacher, einen Werkstudentenjob machen. Diese sind zeitlich viel flexibler und man kann dort echt Kohle scheffeln. Vor allem, da man in den Semesterferien auch auf 40 Stunden aufstocken kann oftmals. Das sind direkt mal, dann keine Ahnung, 15 bis 22 Euro die Stunde, mal 40 Stunden. Und dann zappt man auch noch kaum Steuern und Abgaben drauf. Und oft sehe ich auch Leute, die später unbedingt in die Industrie wollen, dann aber die Chance vertun und am Lehrstuhl ihre Abschlussarbeit schreiben. Wir erinnern uns, das Studium endet in der Eintrittskarte, die zum Übergang ins Berufsleben führt. Thesis im Unternehmensschreiben ist Gold wert, um später dort direkt Vollzeit anzufangen. Man muss das Thema Studium einfach bestmöglichst schon früh strategisch spielen. Brauche ich einen Master überhaupt oder direkt Berufsentstieg nach dem Bachelor? Ziel sollte sein, dass die ganzen Praxisstationen am Ende bei dem Arbeitgeber enden, bei dem man danach auch einsteigen möchte. Das ist schon die halbe Miete. Noten und so weiter sind meiner Meinung nach eher zweitrangig. Vor allem bei der Industrie. Wenn ich es direkt schaffe, ein duales Studium oder Trainee bei einem Unternehmen zu bekommen, bei dem ich später auch arbeiten möchte, wäre das natürlich auch eine Top-Möglichkeit. Mit vielen Vorteilen, aber natürlich auch ein paar Nachteilen. Das waren jetzt also erstmal ein paar meiner bescheidenen Tipps während der Ausbildung und dem Studium. Schauen wir uns jetzt nochmal ein paar Punkte an, die ich bei den ersten Jahren arbeiten und dem karrierischen Start geben möchte. Wenn man sich meine eigene Gehaltsentwicklung ansieht, muss man klar sagen, dass diese natürlich top gewesen ist. Aber jetzt auch nicht so krass, wie man vielleicht auf den ersten Blick denken möchte. Ich war nämlich in einem Umfeld unterwegs, wo solche Zahlen nicht wirklich selten sind. Mein allerwichtigster Tipp ist also, wenn ihr Wert auf ein hohes Gehalt legt, müsst ihr die Karriereleiter erklimmen. Das ist schon klar. Achtet aber genau darauf, wo eure Karriereleiter an der Wand steht. Punkt Nummer 1. In Großstädten zum Beispiel, vor allem in Süddeutschland, wird tendenziell viel mehr Gehalt gezahlt als woanders. Und auch auf Jobs, die hohe Verantwortung und Gehälter nach sich ziehen, zum Beispiel im Headquarter von einem Unternehmen, gibt es oft nur in Ballungszentren. Das gängigste Kontra-Argument ist ja immer, ja, dafür muss ich aber dort viel mehr Miete zahlen und Ausgaben. Das stimmt zwar, aber was mir auch oft auffällt, wenn du am Land 20% von deinem Gehalt sparen kannst, man zum Beispiel in Stuttgart aber nur 10% sparen kann, sind diese 10% trotzdem oft noch viel mehr wert, weil absolut gesehen das Gehalt in Euro viel höher ausfällt. Und man darf auch nicht vergessen, deutschlandweit kosten fast alle Sachen relativ ähnlich, außer die Miete jetzt. Essen im Supermarkt kaufen zum Beispiel, der Flug in den Thailand-Urlaub oder auch eine Allianz-Aktie kostet überall gleich viel. Ich würde also den Vorteilen von Großstädten für die Karriere nicht außer Acht lassen. Punkt Nummer 2, ebenfalls super wichtig für das Gehalt, die Unternehmensgröße. Nehmen wir mal einen Mittelständler. Der Geschäftsführer verdient 130.000 Euro plus Firmenwagen. Die Bereichsleiter wie CFO, COO um die 110.000. Die Teamleiter darunter 80.000. Und der normale Mitarbeiter irgendwas zwischen 30.000, 40.000 und 50.000. Wie realistisch ist es jetzt wohl, in diesem Konstrukt hier jemals über 100.000 Euro im Jahr zu verdienen. Dass die Unternehmensgröße einen starken Einfluss auf die Gehaltshöhe hat, zeigt auch der neue Stepstone Gehaltsreport. Zwischen kleinen Firmen und Großkonzernen sind hier wirklich Unterschiede von 10, 20 und 25 Prozent drin. Für dieselbe Aufgabenbeschreibung. Ein weiterer Punkt, der ebenfalls sehr wichtig ist, ist die richtige Branche. Hier steht sich der Arbeitnehmer oft selbst im Weg. Man will für einen Arbeitgeber arbeiten, der cool ist und am besten bei jedem bekannt ist. Möchte der durchschnittliche Marketing-BWL-Absolvent lieber bei Zalando arbeiten oder bei dem Mikrochip-Lieferanten, den kein Schwein kennt? Richtig. Aber dass der eine wesentlich schlechter zahlt als der andere, wird oft ausgeblendet. Und warum zahlt er weniger? Weil es eben eine ganz andere Branche ist. Branchen wie Hightech, Pharma und Versicherung zahlen viel mehr als zum Beispiel die Branchen Gastro, Hotelgewerbe, Tourismus oder Transport. Ebenfalls sehr wichtig ist der Business-Outlook, also wie es dem jeweiligen Unternehmen aktuell geht und wie die nächsten Jahre verlaufen könnten. Ihr müsst euch mal überlegen, wie kann ich aufsteigen bei meiner Karriereleiter? Indem ich immer höhere Positionen inne habe. Richtig schlecht wäre es also, wenn neben mir auch tausend andere gleichzeitig versuchen würden, die Treppe zu erklimmen. Diese Info hatte mir damals ein Mentor bei BMW mitgegeben. Er sagte, mach lieber dein Praktikum dort, wo du später auch mal realistisch anfangen kannst. Bei uns kommen auf eine Stelle über 1000 Bewerber. Fazit ist also, super starke Firmenbrands eher meiden. Aufgrund der Konkurrenz. Wie kann man außerdem aufsteigen? Richtig. Es müssen erstmal Stellen in den oberen Gehaltsregionen frei sein dafür. Das kann auf zwei Arten passieren. Erstens. Die Firma wächst. Es wird konstant auf allen Ebenen neue Stellen geschaffen. Das ist der Sweet Spot, um an höhere Gehaltsgruppierungen zu kommen. Zum Beispiel durch einen internen Wechsel. Auch Beförderungen sind in einem wachsenden Unternehmen, dem es gut geht, finanziell leichter durchzusetzen. Und zweitens. Mitarbeiter gehen in den Ruhestand. In Altersteilzeit oder generell herrscht eine hohe Fluktuation. Und Stellen werden immer wieder neu besetzt. Was man natürlich nicht haben will, sind Abbauprogramme, Sparmaßnahmen, nicht Nachbesetzen von Stellen und so weiter. Oder wenn generell kein Budget für Beförderungen da sind. Ein Bekannter von mir arbeitet zum Beispiel bei einer Firma, die eigentlich ein Großkonzern ist, eine gute Tarifbindung hat, eigentlich auch eine gut bezahlte Branche, aber trotzdem wird seit Jahren keiner in der Abteilung befördert. Einfach weil die Firma finanziell eher strauchelt. Ich kann also nur als Tipp geben, sich den Arbeitgeber so auszusuchen, dass Wachstum da ist, auch langfristig. Und dass viele neue Stellen geschaffen werden und so neue Chancen entstehen. Das hier sind übrigens mal ein paar der Top 15 Arbeitgeber in Deutschland nach Durchschnittsgehalt. Hättet ihr das gedacht? Da sieht man wieder, gerne auch in der zweiten und dritten Reihe schauen. Wir fassen also zusammen. Wer sich einen Hochlohnstandort aussucht bei einem großen Unternehmen, am besten einem Konzern, in einer Branche, die für hohe Gehälter bekannt ist und da nur noch Wachstum und gute wirtschaftliche Situation herrscht, der muss trotzdem noch in der Mühle abrackern. Aber die Mühle an sich ist eine goldene Mühle, die alles hergibt, um schnell ein gutes Gehalt zu ergattern. Was hier möglich ist, zeige ich euch jetzt denn mal. Fast alle der größeren Industrieunternehmen in Deutschland sind tarifgebunden. Starke Gewerkschaften sind die IG Metall für Metall- und Elektrobetriebe und die IG BCE für den Chemie- und Energiebereich. In der IG Metall sind zum Beispiel Firmen wie Bosch, Airbus, Siemens, Daimler und Konsorten. Also alles Firmen, die in unser Raster reinpassen, das wir gerade auserkoren haben. Und das Schöne ist, dass diese Gehälter hier öffentlich mehr oder weniger einsehbar sind. Nehmen wir mal als Beispiel einen Ingenieur, der nach dem Bachelor bei Siemens in Bayern anfängt. Normalerweise steigt man zwischen IG 9 und 10 ein. Nehmen wir mal die 9er an. Und top zum Gehalt kommen noch zig Zulagen, Boni und weitere Themen. Wie gut also, dass es hier ein paar passende Rechner gibt. Ein 0815er-Einsteiger bei Siemens würde also schon mal auf mindestens 62.700 Euro kommen, bei einer 35-Stunden-Woche. Völlig egal jetzt, ob er ein Ingenieur ist, in der Entwicklung anfängt, im Einkauf, im Vertrieb oder auch in der Personalabteilung oder im Marketing. In manchen Firmen können vor allem jüngere Mitarbeiter auch einen 40-Stunden-Vertrag wahlweise erhalten. Damit wären wir dann schon bei 71.500 Euro all-in im ersten Jahr. Oder wenn man es schafft, direkt auf eine 10er-Stelle einzusteigen, dann wären wir bei knapp 80.000 Euro. Und top dazu kommen dann oft noch unternehmenseigene Boni im Rahmen von 0 bis 10.000 Euro pro Jahr. Und top dazu kann man bei einigen Firmen auch Überstunden auszahlen lassen. Man sieht also, wie man es dreht und wendet. Wer es schafft, bei einem der Top-Industrie-Arbeitgeber reinzukommen, kommt im ersten Jahr irgendwo auf Pi mal Daumen 60.000 bis 70.000 Euro im Jahr. Ein echt Wahnsinnsgehalt. Nach ein paar Jahren wäre dann zum Beispiel durch einen internen Wechsel eine Elferstelle drinnen. Bei 40-Stunden-Vertrag und dem dann gestiegenen Weihnachtsgeld- und Urlaubsgeldzahlungen hätte man grob die 100.000 Euro geknackt. Wir sprechen hier von keinem extremen Überfliegerperson, sondern einfach nur im Tarifkonzern ein paar Stufen aufsteigen. Und mehr habe ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich gemacht. Bei mir ging es zwar schnell, aber ich habe einfach den klassischen Treppchenplan empor gestiegen. Angefangen bei einer Neunerstelle nach dem Studium, dann nach eineinhalb Jahren auf die Zehner, dann auf die Elfer, dann auf die Zwölfer. Und zuletzt aus dem Tarif raus in den außertariflichen Bereich, auf die erste Stufe. That's it. Ihr seht also, gar nicht mal so krass war meine Leistung hier im Vordergrund für das gute Gehalt. Sondern einfach, weil die Infrastruktur und das Ecosystem, in dem ich meine Karriere mache, so viel Gehalt hergibt. Aber klar ist auch wichtig, konstant und schnell die Stufen aufzusteigen und nicht zehn Jahre auf einer Stufe gefangen zu bleiben. Hier habe ich euch mal einige Tipps zusammengesammelt, die mir rückblickend auch geholfen haben. Wenn man auf einer Stelle ist, die maximal eine gewisse Eingruppierung und Gehalt hergibt, dann wird hier die gläserne Decke sein. Da muss man irgendwann wechseln. Man sollte also am besten auf einer Stelle sein, die von der Wertigkeit ein sehr hohes Gehalt hergibt und man rein entwickelt werden kann. Das sind zum Beispiel Expertenpositionen im Bereich Forschung und Entwicklung. Und ganz klassisch Budgetverantwortung, zum Beispiel im Einkauf, im Vertrieb oder im Projektmanagement. Und ganz klassisch auch die Führungskarriere. Diese geben tendenziell die höchsten Gehälter her. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Flexibilität. Ganz klassisch natürlich die Geografie. Führungspositionen zum Beispiel sind schwer zu ergattern. Wer hier auch mal ins Ausland gehen kann und möchte, hat viel mehr Optionen. Aber noch viel wichtiger ist die Flexibilität beim Job an sich. Denn oft sehe ich das folgende Bild. Personen arbeiten zum Beispiel im Marketing bei einem Automobilhersteller. Wenn sie dann nach neuen Jobs Ausschau halten, sowohl extern als auch intern, suchen sie nach was? Genau, Marketing und bei einem Automobilhersteller. Das kennt man und möchte man auch weiterhin machen. Aber was, wenn man den Marketingaspekt beibehält, aber nicht nur bei Automobilfirmen sucht, sondern auch in der Pharmabranche? Dann hat man direkt viel mehr Optionen und Chancen, sich woanders zu bewerben. Oder man lässt den Automobilherstelleraspekt gleich, wenn man die Branche liebt. Ist dafür dann aber auch offen, in Marketing ähnliche Bereiche, wie zum Beispiel Vertrieb einzusteigen. Wichtig ist, dass man den roten Faden beibehält. Aber etwas abgerundetes Allgemeinwissen kann nicht schaden und öffnet neue Türen. Nächster Punkt ist das klassische Netzwerken. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt das klassische Smalltalken an einem Stehtisch, wie man es sich im Bilderbuch vorstellt. Einfach mal proaktiv mit etwas höheren Führungspersönlichkeiten zum Lunch gehen. Auch aus Nachbarbereichen. Das eröffnet Türen und Chancen und erhöht die Chance und Wahrscheinlichkeit, auf dem richtigen Ort zur richtigen Zeit zu sein. Das machen wirklich die wenigsten. Ebenfalls ein super wichtiger Punkt, wenn nicht sogar der wichtigste, ist die eigene Führungskraft. Diese muss euch supporten und euer Mentor sein. Das ist mit der größte Hebel, den es gibt. Wenn diese euch klein halten möchte und lieber Geld spart, als euch für eine Beförderung zu vermitteln, würde ich sofort abhauen. Denn diese Person ist am Ende alleine dafür verantwortlich, dass ihr auf der Stelle mehr Gehalt bekommt oder auch Weiterentwicklungspotenzial entfalten könnt. Der Rahmen, wo so etwas besprochen wird, ist das klassische Jahresgespräch bzw. die Gehaltsverhandlung. Mein Statement dazu ist ganz klar, man muss nicht mal der beste Mitarbeiter sein, um eine gute Karriere hinzulegen. Ich würde mich selbst maximal als mittelmäßig bezeichnen. Vielleicht ein bisschen mehr. Mehr aber auch nicht. Viele werden jetzt sagen, wie krank ist das, dass man als Mittelmäßiger mehr Karriere macht, als so mancher, der wirklich top ist. Das stimmt. Das ist auch oft nicht fair und gerecht. Aber so ist das System nun mal aufgebaut. Es zählt neben der reinen Leistung eben auch viele andere Dinge. Da ist viel Politik im Spiel. Wer das aber einmal verstanden hat, kann das System dribbeln. Das ist nicht die Schuld des Einzelnen, sondern dass das System eben so funktioniert. Wichtig ist also meiner Meinung nach, liefert gute Leistung ab. Aber setzt noch ein paar Punkte obendrauf. Ich würde lieber 80% Leistung geben und 20% in diese Extra-Themen investieren, als 100% in die Leistung und 0% in die Extras. Ein Thema ist zum Beispiel, mach dich als einzelne Person unersetzbar. Unersetzbar für eine ganz gewisse Personengruppe. Wer ist am Ende für deine Beförderung verantwortlich? Dein direkter Chef oder Chefin. Du musst also für diese Person unersetzbar werden. Was heißt das? Das heißt, deine Arbeit lässt ihn selbst gut dastehen. Deine Arbeit lässt sein Team gut dastehen. Deine Arbeit und deine Person repräsentiert das Team nach außen. Deine Arbeit nimmt ihnen selbst auch Arbeit ab. Zum Beispiel durch Vertretung, Meetingmanage schreiben, Informationen und Präsentationen aufarbeiten. Das können wirklich Kleinigkeiten sein. Nehmen wir mal ein Beispiel. Du arbeitest im Vertrieb und willst befördert werden. Es gibt eine Rangliste nach Umsatz, den du reingeholt hast. Du bist zwar schon in den Top-Rängen, aber eben nur auf Platz 4. Aber du konsolidierst einmal die Woche alle Vertriebserfolge vom Team in einer schönen Präsentation und stellst dir im besten Falle noch professionell und sehr geschickt für den Top-Management vor. Andere Mitarbeiter haben kein Interesse an dieser Aufgabe, da sie lieber Vollgas im Vertrieb geben und sich keine Zeit für PowerPoints basteln geben möchten. Wenn du jetzt sagst, Hallo Führungskraft, befördere mich oder ich kündige und gehe zum Wettbewerber. Wird er dich dann gehen lassen? Wahrscheinlich nicht, weil du der Führungsperson einen Mehrwert bringst. Für sie als Individuum, als auch für das Overall-Team. Die eigentliche Beförderung segnet dein direkter Chef oder Chefin ab. Aber natürlich muss man das auch vor der Ebene höher auch rechtfertigen können. Wenn du auf einmal als Person wesentlich schneller und höher befördert wirst als alle anderen. Das bringt uns gleich zum nächsten Buzzword. Visibilität. Zu gut Deutsch, die Sichtbarkeit deiner Person und deiner Arbeit. Ein Mentor hatte mir mal gesagt, tue nicht nur Gutes, sondern rede darüber. Und genau das trifft es genau. Wenn du super Arbeit ablieferst, das aber niemand mitbekommt, ist das für deine Karriere schlecht. Du kannst also mit dem guten Verkaufen von deiner Person und deinen Leistungen, obwohl du vielleicht nicht nach harten Kriterien der beste Mitarbeiter bist, trotzdem auf Platz 1 kommen. Zum Beispiel, wenn du deine Erfolge schön aufbereitest und in einer E-Mail verteilst. Oder wenn du beim monatlichen Abschlussmeeting deine Arbeit und die Highlights daraus vorstellst. Alles Dinge, die kaum zeitlichen Invest kosten. Aber am Ende bringt es einer sehr hohen Person im Unternehmen, dass es denkt, okay, wow, der Dude hat wirklich was drauf. Damit hast du also neben deiner direkten Führungskraft auch direkte Ebene drüber abgefrühstückt. Dass es absolut logisch und sinnvoll ist, warum genau du so schnell befördert wirst und entwickelt wirst. Aber ganz so leicht ist es dann auch nicht, denn es ist dann auch ein harter Kampf, das meiste rauszuholen. Geschenk gibt es nichts. There is no such thing as a free lunch. Wer mehr will als alle anderen, muss auch anders handeln als alle anderen. Und oft auch anecken. Das bringt uns zum nächsten Punkt, der strategischen Gehaltsverhandlung. Wenn ihr darüber nochmal ein eigenes Video sehen wollt, wie ich konkret Gehaltsverhandlungen angehe, um meine Forderungen durchzusetzen und wie ich Kontraargumente ausheble, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Denn das würde das Video jetzt hier sprengen. Hier also nur mal ein kleiner Ausschnitt zum Thema. Ich würde immer schauen, dass ihr aktiv in einem Entwicklungsplan seid. Einfach nur abarbeiten für Gehalt X und nicht wissen, was der nächste Step ist und was dafür getan werden muss, ist nicht gut. Mindestens zwei Checkpoints pro Jahr. Besser einer im Quartal, wo dieser Plan durchgesprochen wird. Wo stehen wir bei den Zielen? Wo stehen wir dabei, dass die nächste Beförderung eingetütet wird? Das fördert auch vor allem eines, das Expectation Management. Die Führungsperson weiß auf jeden Fall, ihr wollt befördert werden. Und sonst seid ihr weg. Oft sind Mitarbeiter unzufrieden, sagen das aber nicht, was sie wollen. Und der Chef kann das auch nicht riechen. Innerhalb von den Gehaltsverhandlungen solltet ihr auf jeden Fall euren Marktwert kennen. Denn ein Wechsel in ein anderes Unternehmen bringt oft die höchsten Gehaltssprünge. Oder zumindest der Wechsel intern. Vor allem in den ersten Jahren der Karriere kann hier relativ schnell 20-30% mehr draufgepackt werden. Während dieselbe Stelle vielleicht den Inflationsausgleich gerade mal bringt. Bei mir war es also so, dass ich in jede Gehaltsverhandlung rein bin mit einem konkreten Angebot. Entweder von extern oder intern aus einer anderen Abteilung. Und dann habe ich gesagt, entweder wir matchen dieses Angebot oder ich bin weg. Hier muss man dann aber auch flexibel sein und dann wirklich weggehen. Oftmals einigt man sich dann aber auf einen Entwicklungsplan. Hier muss man dann aber knallhart sein, meiner Meinung nach. Oftmals habe ich ein Vergleichsangebot auch einfach gefakt und geblufft. Soviel aber erstmal zu ein paar der Tipps auf die Schnelle hier. Zum Ende jetzt noch ein kleines Fazit zum Thema. Für ein hohes Gehalt und eine schnelle Karriere ist wichtig. Erstens, suche dir einen Standort mit hohen Gehältern, wo auch viele strategisch wichtige Stellen angesiedelt sind. Zweitens, suche dir ein großes Unternehmen in einer Top-Branche. Das Unternehmen sollte auch noch wachsen und neue Stellen schaffen. Wenn du das hinbekommst, dann geht es ans Treppchen aufsteigen. Hier ist vor allem wichtig, Netzwerke, um deine Person bekannt zu machen. Suche dir Stellen, die ein hohes Gehalt hergeben, wo du dich reinentwickeln kannst. Sei flexibel bei deiner Jobsuche, sowohl geografisch als auch beim Jobscope an sich. Suche dir eine Führungskraft, die dich supportet und nach oben ziehen möchte. Das funktioniert gut, wenn du für diese Person unersetzbar bist. Sei aber nicht nur für diese Person, sondern auch für das Top-Management sichtbar. Gehe strategischen Gehaltsverhandlungen und bereite diese Gespräche vor. Jedes Quartal. Gehe Entwicklungspläne mit konkreten Zielen ein und sitze nicht nur Zeit ab. Und am Ende sei wechselbereit, denn das ist das stärkste Argument, das du bringen kannst. Aber klar muss man sagen, am Ende ist es kein Zuckerschlecken. Ein sechsstelliges Gehalt ist nicht für jeden erreichbar und erfordert viel Fleiß und Glück. Am richtigen Fleck sein, zur richtigen Zeit und so weiter. Am Ende muss man natürlich auch die Karriere in gewisser Weise priorisieren und an erste Stelle stellen. Und das Arbeitsumfeld, Arbeitszeiten und den Druck hinnehmen können. Das möchten auch nicht alle. Dennoch hoffe ich, ihr konntet das aus diesem Video für euch persönlich mitnehmen. Haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Euer Finanzbär.